Hallo, mein Name ist Andreas Heidegger aus Hamburg. Ich möchte euch heute ein Megaprodukt vorstellen und zwar den Nodsealer. Der Nodsealer wird genommen für Systeme, French Lace oder Swiss Lace Systeme. Das bedeutet, es ist nicht nur damit getan, das Haargut durchzubürsten, um den Knoten hier zu festigen, sondern ich empfehle euch, dass ihr dieses System, bevor ihr das auf den Kopf macht, dass ihr mit dem Nodsealer die Lace schön einsprüht. Nach ungefähr 5 Minuten Wartezeit könnt ihr ein bisschen beschleunigen mit dem Föhn, dann ist der Knoten wirklich mega versiegelt. Und das Wichtigste ist dabei, dass ihr eine lange Haltbarkeit habt. Woher bekommt ihr den Nodsealer? Natürlich bei uns im Online-Shop. Viel Spaß beim Stöbern. Tschüss, euer Andreas Heidegger.